Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zum letzten Video dieses Jahr im Jahr 2022. Bitcoin rührt sich wenig vom Fleck, 16.568 US-Dollar. Wir hatten gestern nochmal so einen kleinen Scampump oder Liquidationspump, den es aber nur auf manchen Börsen wiederum gab. Deswegen habe ich gestern nochmal ein kleines Update in die Gruppe dagelassen. Doch bevor wir starten, gerne dem Video ein Like dalassen, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, eure Altcoin-Wünsche gerne unten in die Kommentare reinschreiben und wer keine Signale oder sonstiges mehr verpassen will, kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe. Gut, und damit würde ich sagen, starten wir rein. Wie gesagt, momentan 16.568 US-Dollar, wenig Bewegung. Klar, wir hatten gestern nochmal diesen kleinen Scam-Wig auf Bybit, 16.747. Wir kontrollieren das gleich gerade nochmal mit Bybit. Da sind wir auf 16.670 US-Dollar gekommen, genauso wie bei BingX. Deswegen habe ich gestern dazu geschrieben, okay, bei manchen wurde anscheinend, was ich so von den Kommentaren gelesen habe, der Stop-Loss, äh, der Tech-Profit 1 erreicht. Ich habe aber dann zugeschrieben, okay, bei mir war es noch nicht so, deswegen wäre es eine Lüge, deswegen weiterhin Stop-Loss da, wo er geplant war. Plus TP1 ist er halt noch nicht erreicht. Deswegen gilt es hier jetzt erstmal weiterhin abzuwarten. Wir hatten gestern einigermaßen Volatilität. Wir sind nochmal bis auf ungefähr 16.280 US-Dollar runtergefallen. Alles natürlich noch im Rahmen. Wir haben einen Stop-Loss bei 16.100 US-Dollar da unten in dieser 1-Stunden-Demand. Wir haben die Vektoren aufgefüllt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir machen jetzt hier nochmal ganz kurz die Vektoren an. Da sehen wir, okay, wir haben hier unten nochmal einen neuen Vektor gebildet. Das heißt, wir haben den Vektor gefüllt, haben aber gleichzeitig wieder einen neuen Vektor gemacht. Und das ist jetzt nicht unbedingt das beste Zeichen. Klar, wir haben jetzt hier zusätzlich noch so eine kleine Unterstützung in Form einer 1-Stunden-Demand-Zone, also kleiner Support-Zone. Wäre meines Erachtens nach wünschenswert. Wir machen den Indikator jetzt wieder mal ganz kurz aus. Das ist mir immer ein bisschen zu viel. Wenn wir hier einfach nochmal runterkommen. Das heißt, dass wir hier nochmal in diese Area hier runterkommen. Ein bisschen konsolidieren vielleicht. Und dann versuchen, die Liquidität hier oben nochmal abzugrasen bei 16.700 US-Dollar. Es wird dann interessant werden, ob wir heute Nacht so einen kleinen Pump sehen. Ich bin ja auch in so manchen Pump-in-Dump-Gruppen. Und da steht immer wieder drin, wir pumpen heute Abend oder zum Neujahr den Kurs. Ich kann es mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut vorstellen. Zumindest, ich habe es ja gestern oder vorgestern schon gesagt, zum Jahreswechsel. Also könnte es sein, dass ich hier vielleicht wirklich auch einen Trend wechsel, das sagt Felix auch in der Gruppe des Öfteren schon angesprochen, dass ein Trendwechsel möglich ist. Und ganz ehrlich, wir haben weiterhin unser Falling-Vedge. Also why not? Warum sollten wir nicht zum Jahresanfang zumindest einen kleinen Pump sehen? Die Zonen sind weiterhin klar. Ich rechne jetzt erstmal nicht, dass wir einen riesigen Abverkauf sehen, beziehungsweise rechne ich generell heute oder heute Nacht dann wahrscheinlich bis morgen irgendwie mit sehr, sehr wenig Bewegung. Aber gut, warten wir es ab. Wichtig ist jetzt einerseits, diesen Vektor hier nochmal zu füllen. Auf den 1-Stunden-Chart mit dieser 1-Stunden-Demand-Zone würde ganz gut passen. Wir ziehen mal ganz kurz das FIP-Level dazu. Klar, es verfälscht jetzt schon ein bisschen das Ergebnis, aber es würde jetzt nach dem Stand, was wir bei Bybit hatten, sehr, sehr gut passen. Wir gleichen das aber mal an mit Verhältnissen, die wir gerade bei Binance hatten. Aber auch da sehen wir, okay, Golden Pocket, 16.400 US-Dollar, passt auch perfekt. Also kleiner Rücksetzer nochmal, wären die Regionen relativ gut. Vielleicht eröffne ich dann nochmal eine kleine Long-Position, aber schauen wir einfach mal, was heute der Tag bringt. Ansonsten gilt 16.780, das ist die erste Marke, deswegen immer mal ein bisschen die Take-Profits ein bisschen vorherziehen. Da war unser Golden Pocket. Wir haben hier ein paar Wicks noch zu füllen, sollten wir da rüberkommen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir auf jeden Fall Richtung 17.000 oder halt wie gesagt 17.600 US-Dollar noch hochkommen. Aber an sich, wie gesagt, wir befinden uns übergeordnet in der Seitwärtsphase. Eigentlich ein schöner doppelter Boden, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen betrachten. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, Long-Position läuft, die Short-Position läuft weiterhin, wo mittlerweile Take-Profit 2 oder sogar 3, nee, Take-Profit 2 wurde, glaube ich, erreicht. Auch, also das passt momentan alles noch. Und mehr gibt es, wie gesagt, bei Bitcoin auch momentan nicht zu sagen. Wir schauen nochmal ganz kurz auf den Daily-Timeframe, wie es hier aussieht. Aber auch hier sehen wir keinerlei Bewegung. Wir hatten aber eine schöne Daily-Candle. Also mit schöner mal die Liquidität unten rausgefischt. Close war trotzdem jetzt nicht Bombe, aber trotzdem ein schöner Wig, sage ich mal, den wir hier nach oben hin gebildet haben. Sollten wir jetzt hier nochmal runterkommen und dann vielleicht sogar einen höheren Daily-Close als gestern haben, sieht es eigentlich ganz gut aus für Neujahrsbeginn. Gut, damit der Blick rüber zu Ethereum, aber hier wieder in den 1-Stunden-Charts schauen wir uns das auch mal ganz kurz an. Unsere Position, auch hier gestern überlebt, wir sind nochmal ganz kurz in den Bereich der 1.181 US-Dollar gegangen. Bei Ethereum, bei BingX waren wir ein bisschen höher, also auch hier die Position nicht ausgestoppt, läuft alles weiterhin ganz gut. Wir haben aber auch hier in gelb dargestellt diese große Seitwärts-Range. Und hier hat sich auch sehr, sehr wenig auch meines Erachtens nach getan. Müssen wir uns jetzt auch nicht zu lange drauf aufhalten. Ein schöner Wig wieder, der aufgesammelt wurde, Liquidität wurde abgeholt nach oben und jetzt wieder ein bisschen so diese Seitwärts-Phase. Das war ja gestern noch angeplant, haben wir ja drüber gesprochen, nochmal so ein kleiner Dump und dann aber die Reisen nach oben hin fortsetzen. Es wäre jetzt auch weiterhin mein Ziel, dass wir hier einfach mal hoch in Richtung 1.230 US-Dollar gehen. Es spricht jetzt nicht wirklich viel für einen Mega-Dump. Die Level wurden abgeholt, wir haben die Golden Pockets, wir haben die Vektoren abgeholt. Wir hatten kleine Swing-Failure-Pattern auf den kleineren Time-Frames. Also eigentlich spricht für mich momentan eher dafür, dass wir einfach nochmal so einen kleinen Pump nach oben hinkriegen, um die ganzen Levels abzuholen. Take Profit 2, weil vorhin auch jemand noch in der Gruppe gefragt hat, 1.207 bei Ethereum. Short ist keiner offen. Ich werde mir hier aber noch ein Short-Setup rechtzeitig auf jeden Fall ausdenken. Ob wir hier oben schon reingehen bei den 1.238 oder erst deutlich höher, werden wir dann sehen. Ganz ehrlich, ich gehe eigentlich immer noch davon aus, dass wir Richtung 1.270, 1.280 gehen und danach werde ich mir dann auch im Endeffekt die Level ziehen. Die Side-Rights-Range gilt, gefällt mir auch ganz gut. Sollten wir jetzt mal den Wick hier oben wegnehmen, sieht die hier in dem Rahmen eigentlich ein bisschen besser aus mit diesen Fake-Outs nach oben. Aber gut, beobachten wir jetzt auf jeden Fall mal, wie es heute weitergeht. Auch hier ganz kurzer Test von unserem High zu unserem Low. Also die 1.212 bis 1.214, das sind die Level, die wir auf jeden Fall nach oben hin brechen müssen. Brechen wir die, kann es relativ flott Richtung 1.230, wenn nicht sogar 1.250 US-Dollar gehen. Wäre doch mal ein guter Jahresstart. Dazu auch gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Was denkt ihr, wie wird, sag ich mal, die erste Woche des Jahres 2023? Sehen wir einen Pump, sehen wir einen Dump, sehen wir einfach eine langweilige Seitwärtsphase. Ich rechne auf jeden Fall mit deutlich mehr Volatilität aufgrund einfach neues Jahr. Die Leute haben wieder vielleicht mehr Zeit, vielleicht war jetzt alles gegen Ende des Jahres viel Steuern, Verkaufen nochmal und so, Steuern gerade biegen. Aber gut, lassen wir uns da einfach mal überraschen. Dann schauen wir uns B&B an. Ihr wisst, ich bin kein Pattern-Freund, trotzdem habe ich hier noch einen Pattern mal eingezeichnet. Schönes Symmetrical Triangle, würde auch sehr, sehr gut passen. Warum? Wir gehen es wieder ein bisschen defensiver hier an. Die ganze Sache ziehen wir hier das Preis, ziehen wir nach oben hin und deswegen würde es sehr, sehr gut passen. Wir haben hier eine riesige Ineffizienz, wie ihr hier sehen könnt. Und einerseits dann hier oben diese 1-Stunden-Supply-Zone, würde vom technischen Preisziel, wenn wir das jetzt hier wieder ein bisschen angleichen, perfekt hier oben übereinstimmen mit den 261. Hier läuft schon eine Long-Position. Ich habe hier bewusst kein Signal in die Gruppe gepostet, weil sie mir ein bisschen zu riskant waren, nur aufgrund des Patterns. Mir gefällt aber diese Seitwärtsphase. Ich finde B&B sowieso teilweise stärker als der gesamte Markt, auch wenn wir hier eine schöne Seitwärtsphase haben. Bei Bitcoin haben wir dann doch ein bisschen mehr Ausschläge. Da gefällt mir B&B momentan ein bisschen besser. Vielleicht werde ich spontan nochmal so ein kleines Setup reinposten heute im Laufe des Tages. Aber erwartet nicht zu viel auf jeden Fall. Gut, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wünsche ich euch allen einen verdammt guten Rutsch ins neue Jahr. Übertreibt es nicht. Ich werde mich auch ein bisschen zurückhalten. Versuche dann morgen früh sogar ein Update-Video hinzukriegen. In welchem Zustand, kann ich euch natürlich nicht versprechen. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch. Viel Glück fürs neue Jahr. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung über das ganze Jahr. Auch trotz meiner 6-7 Wochen Pause, die ich gemacht habe. Vielen, vielen Dank. Wir stehen jetzt bei knapp 2750 oder 2740 Abonnenten. Also vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, die mich tagtäglich unterstützen, die Videos gucken. Und freut euch auf jeden Fall auf nächstes Jahr. Nächstes Jahr kommt viel, viel mehr Content auf jeden Fall. Es sind noch ein paar Projekte in der Pipeline. Es wird ein neues Presale-Token-Video geben Anfang Januar. Das bin ich gerade so ein bisschen am Vorbereiten, noch ein bisschen durchgucken. Aber freut euch auf jeden Fall auf das nächste Jahr. Rocken wir, das hoffen wir, dass nächstes Jahr deutlich, deutlich besser wird, was das Chart-mäßige angeht. Copy-Trading beginnt dann Ende Januar, sehr wahrscheinlich. Also es steht viel an. Schaffen wir alles gemeinsam. Vielen, vielen Dank für eure grandiose Unterstützung das ganze Jahr über ohne euch. Wäre ich im Endeffekt nichts. Deswegen gehe der größte Dank auch an euch da draußen, die täglich die Videos schauen. Und damit verabschiede ich mich im Jahr 2023. Heute kommt ausnahmsweise mal nur ein Video, um so ein paar Sachen vorbereiten. Aber ich glaube, das versteht ihr. Und ja, dann guten Rutsch. Bis nächstes Jahr, sagt man ja so schön. Kommt gut rein. Viel Glück fürs neue Jahr. Und ja, lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und stay crypto. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.